. . . . . . . . Hey, heissen Fabio Testi und werde mich für den Stellbewerber. . . Warst du schon mal ein Toter? Ja, schon ganz viel, im Timi. Ah. Der liegt in Konrad. Hey Leute, haben wir einen Todesfall hier drin? Seid ihr nicht dafür zuständig, Frau Kommissarin? Ich schlafe wie jetzt auch immer in diesem Sack. Was ist passiert? . 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 Verheben!